Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 3.10.2019 um 8.17 Uhr. Heute ist Feiertag. Fast alle dürfen zu Hause bleiben. Sorry, nicht alle. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Ich bin der Meinung, dass es jetzt das 30-jährige Jubiläum ist. Frau Muschel hatte letztens im Klugscheißer-Modus auf YouTube geschrieben, dass es 29 Jahre sind. Aber ich habe in Dresden irgendwas mit 30 Jahre gesehen. Und wenn ich im Internet gucke, heißt es jetzt auch 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung. Keine Ahnung. Ist egal, wie wir das rechnen. Heute ist in Berlin ein bisschen was los. David Heselhoff ist da. Und Dieter Bohlen ist auch da. Und ich bin noch am überlegen, zu wem ich jetzt gehe. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Ich kann mir das also noch überlegen. Ja, ich bin früh wach. Normalerweise würde ich an einem solchen Tag, wo ich nicht arbeiten muss, ausschlafen. Aber das ging leider nicht. Denn heute ist ein gemeinsames Frühstück mit Muschel, Sparrow, Jakuki und sogar dem Korgan. Der hat sich gestern noch spontan gemeldet und gesagt, Hey, ich will Frühstück. Wo? Und wir werden uns heute um 10 herum bei Benni treffen. Ich habe am Dienstag, Montag oder Dienstag war das, glaube ich, im Stream, dachte ich mir erst so, hä, die verarschen mich doch. Zumal auch von 6 Uhr die Rede war, wo ich mir so dachte, hä, 6 Uhr? Seid ihr denn bekloppt? Zum einen müsst ihr da mitten in der Nacht losfahren, zum anderen ist Feiertag. Ich will ausschlafen. Und, naja, jetzt habe ich das abgewiegelt gekriegt, zeitlich erstmal auf 10. Mal gucken, wann Sparrow und Muschel hier sind. Die sind natürlich schon im Auto und fahren nach Berlin und haben schon gefragt, ob sie mich mit einpacken sollen. Da würde ich mich natürlich freuen, zumal es gerade draußen regnet und ich da nicht unbedingt durch den Regen stiefeln will. Aber egal, zur Not würde ich auch mit den Öffis fahren, wenn es denn sein muss. Nee, und ich habe es auch örtlich abgeschoben zu Benni. Benni meinte irgendwie, ja, bei mir oder bei Sebastian ist es völlig egal. Und dann meine ich so, meine Wohnung kennt ihr ja schon vom Grilltreffen im Sommer. Aber Bennis Wohnung kennt ihr noch nicht. Ja, stimmt. Na dann, auf zu Benni. Also werden wir da heute um 10 Uhr, irgendwas um 10 Uhr frühstücken. Ich werde jetzt gleich mich in die Küche bewegen, Waffeln machen. Meine weltberühmten Tarnes Waffeln aus dem belgischen Waffeleisen. Einmal süße Waffeln, ganz normal. Einmal heftige Waffeln, herzhafte Waffeln mit Schinken drin. Und einmal trockene Waffeln, so wie Benni und Germain die kennen. Nee, einmal Pancakes werde ich, glaube ich, noch machen. Wenn ich es zeitlich schaffe. Ich werde jetzt anfangen, den Teig anzurühren und dann den Ofen anmachen oder den Herd besser gesagt. Und dann backe ich die Sachen in der kleinen Minipfanne und im Waffeleisen. Ich bin gespannt, wie das wird, wie das schmeckt. Und man fragte mich schon aus verschiedenen Richtungen, wie ich die denn jetzt noch in so kurzer Zeit trocken kriege. Lass das mal meine Sorge sein. Ich kriege das schon hin. Ja, und danach gehen wir sehr wahrscheinlich noch ins Kino. Irgendwann um 13 Uhr. Gestern war ich im Kino in Ad Astra. Ich fand den ganz gut, aber jetzt nicht so mega überragend, also so wie Gravity oder so. Er setzt halt eigentlich gar nicht auf irgendwelche Action. Das ist eine ganz langsame Erzählweise mit vielleicht zwei, drei, naja, Schockmomenten kannst du auch nicht sagen. Aber aufregen deren Stellen, aber ansonsten ist es eigentlich ein recht ruhiger Film. Aber ich als Elite-Dangerous-Fan, wie ich nicht sprechen kann, war natürlich sehr angetan von den Space-Animationen von Planeten und Asteroidengürteln und Weltall und so. Das sah schon schön aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, gut. Also, ich mach mich jetzt mal in die Küche. Ich wünsche euch einen wunderschönen 3. Oktober. Und wir sehen uns bestimmt irgendwie heute Abend beim Stream. Ich weiß ja nicht genau wann, aber vielleicht so 18 Uhr mit Witcher. Könnte durchaus möglich sein. Na gut. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Tag. Und bis spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Tschüss.